Moin Leute und herzlich willkommen zu dem Video. Heute kommt das 100 Abos Special. Ja und vorweg danke an alle die abonniert haben. Ich habe mich so mega gefreut als wir die 100 Abos in den Stream erreicht haben. Und ja Leute, nach dem Intro geht es dann los mit dem Special. Also bis gleich. Hallo mein Team. Ich habe mich so richtig gefreut Leute, dass wir die wirklich in diesem einen Stream geschafft haben. Und wir sind fast bei den 110 Abos. Ich hoffe das geht so weiter. Auf jeden Fall hat mich das mega gefreut. Nochmal ein fettes Dankeschön an euch. Und ja, ich habe jetzt ein kleines Chest Opening vorbereitet. Und ja, ich habe zwei Super Magical Chests und eine normale Gold Truhe. Und dann habe ich noch die Clan Truhe am Start für euch. Und im Shop ist auf jeden Fall der Royal Ghost. Das hat mich mega gefreut. Den kaufen wir dann auch noch. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch erstmal an mit der kleinsten Chest von allen. Und das ist die Gold Truhe. So, öffnen. Mal schauen was drin ist. 230 Gold, drei Fledermäuse. Ähm, ja, was haben wir noch? Skelettfass. Ähm, Lakaien. Und viermal eine Eisgulle. Nice one. Ist jetzt nichts so besonderes. Aber ich hoffe, in den Super Magical Chests werden ein paar Legendaries drin sein. Das wäre auf jeden Fall nice. So, als nächstes gehen wir in den Shop und da kaufen wir den Royal Ghost. Sollte eigentlich was werden. Wir haben noch 50.000 Gold und ja, geben wir 40.000 aus. Das ist mega nice, dass der im Shop ist. Den habe ich schon die ganze Zeit haben wollen. Und ja, dann kaufen wir den einfach mal. So, wieder eine Lechi. Das läuft auf jeden Fall gerade richtig gut auf dem Account. Und jetzt werden wir auf jeden Fall die Clan-Truhe öffnen. Mal schauen was hier drin ist. Ich bin gespannt. Ich hatte noch nie Lechi aus der Clan-Truhe. Vielleicht ist diesmal eine drinne. Das würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und ja, mal schauen. Ähm, 1620 Gold. Sechs Kobolde. Ähm, treiben wir den Riesen. Zeilen wir die Flugmaschine. Nice. Das sieht doch schon gut aus. 97 Eisgeister. 14 Mal den Schweinereiter. Ich glaube hier ist keine drin, oder? Es sind mehr als 200 Gewöhnliche. Ich weiß jetzt nicht. Aber es würde mich auf jeden Fall mega freuen. Nein, ist doch keine drinne. Naja, egal. Wir haben ja noch zwei Chests. Ähm, Ballon zweimal. Okay. So. Kann erst in drei Stunden spenden. Diese Abklingzeit ist so kacke. Ja gut, egal. Machen wir weiter mit der Super Magical Chest. Ich bin gespannt, was da drin ist. So, wir fangen mit der hier oben an. Da können wir noch schnell die Belohnung einsammeln. Und dann sollte es was werden. So. Öffnen. Super Magi-Tour. Ich bin mega gespannt. Wir haben zwei am Start, Leute. Ich bin so gespannt. Und, und, und. Oh mein Gott. Acht Karten. 6.156 Gold. Ähm, ja. Acht mal die Flugmaschine. Nice. 186 Lakaien. Das sieht doch schon gut aus. Das waren alle gewöhnlichen jetzt. So, was kommt jetzt? 50 Heilung. Wir brauchen noch ein paar seltene Karten. Und dann alle epischen mit einem Mal. Ja, das sind alle seltenen Karten. Den Magier Level 6. Das ist auch gut. Und, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Eine legendäre. Also, ihr könnt jetzt hier das Video stoppen. Und dann könnt ihr ja mal raten, was hier drin ist. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt es in die Kommis, was ihr denkt, was jetzt hier für eine Leji drin ist. Und, ja. Ich würde sagen, ich tippe jetzt mal drauf. Ich bin mega gespannt, was da drin ist. Oh mein Gott. Das ist die erste Leji, die ich aus so einer Schätze sehe. Und, ja. Wieder eine neue legendäre. Nice. Oh mein Gott. Der Holzfäller Level 2. Ne, Level 1. Ich wollte schon sagen Level 2. Das hat mich jetzt total gewundert. Aber, oh mein Gott. Das ist mega geil. Okay. Das ist doch mal eine schöne Ausbeute. Da haben wir schon zwei Lejis heute neu. Und, vielleicht ist hier sogar noch eine drinne. Das würde ich mega feiern. Gucken wir doch mal rein. Und, 6156 Gold. Waren es erst auch sieben Karten oder täusche ich mich? Erst waren es acht, glaube ich. Gucken wir weiter. Das sieht noch nicht, das sieht nicht so gut aus. Das sieht scheiße aus jetzt. Aber mal schauen. Vielleicht wird es noch was. Nein, das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird wieder was. Das wird wieder was. Ich sehe das jetzt. Ich sehe es. Oh mein Gott. Das wird was. Das wird wieder eine Leji. Oh mein Gott, Leute. Drei Lejis an einem Tag. Das ist übertrieben. Oh mein Gott. Und? Und? Und was ist es? Okay, den habe ich schon. Aber gut. Über eine Leji freut man sich. Und das ist nicht schlimm, dass ich jetzt einen Eismagier gezogen habe. Der ist auch gut. Aber, ja. Das ist jetzt nicht die Karte, die ich gewollt hätte. Aber es fehlen jetzt gar nicht mehr so viele Karten. Wir haben jetzt zwei Lejis gezogen. Und ich kann bald wieder welche aus dem Shop kaufen. Es fehlen ja nur noch die sechs hier. Und die bekomme ich auch noch. So. Dann nehmen wir mal das. Und, ja. Den habe ich auch. Das ist mega nice, Leute. Oh mein Gott. Das war so ein krasses Chest Opening. Ja, Leute. Danke nochmal für die 100 Abos. Und dann war es das mit den 100 Abos Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ich wieder mit Facecam aufnehmen soll, dann schreibt es in die Kommis. Und, ja, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Video. Also, bis morgen.